EU stoppt Kohleimport aus Russland Inflationsausgleich Lindner will Steuerentlastung Und Keine Impfung alle drei Monate Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 10. August. Ab Donnerstag keine Kohle mehr aus Russland Um Mitternacht endet die Übergangsperiode für das Kohleembargo gegen Russland, das die EU-Staaten als Teil des fünften Sanktionspakets im April beschlossen haben. Ziel des Importstops ist, die russische Wirtschaft vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weiter zu schwächen. Finanzminister Christian Lindner will die Bürger angesichts der hohen Inflation mit einer Steuersenkung über mehr als 10 Milliarden Euro entlasten. Es profitieren Arbeitnehmerinnen und Geringverdiener, Rentnerinnen und Selbstständige, Studierende mit steuerpflichtigen Nebenjobs und vor allem Familien, schrieb der FDP-Politiker in einem Gastbeitrag für die GEF-AZ. Ebenfalls sollen auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht werden. Die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger stoßen auf Kritik. Steuersenkungen und pauschale Kindergelderhöhungen würden nicht dort helfen, wo die Not am größten sei, sagte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey der Welt. Gute Nachrichten für Bundesfinanzminister Christian Lindner Die Union unterstützt seine Pläne zur Steuerentlastung Die Entlastungsvorschläge von Herrn Lindner sind zwar noch ausbaufähig, gehen aber in die richtige Richtung, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, der Nachrichtenagentur AFP. Weiterhin Kritik an den Corona-Schutzplänen des Bundes für den Herbst. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, begrüße zwar die Maskenpflicht in Innenräumen, aber die Ausnahmen für Geimpfte seien völlig unpraktikabel und widersprechen dem Ziel eines guten Infektionsschutzes. Auch die für Kliniken geplanten Regeln seien nicht umsetzbar. Das sagte er der Rheinischen Post. Keine Impfung alle drei Monate Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lässt sich aus den Planungen zum Infektionsschutzgesetz keine solche Aufforderung ableiten. Das wäre medizinisch unsinnig, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Die Pläne sehen vor, dass Maskenpflichten für jene ausgesetzt werden, die frisch genesen sind oder deren jüngste Corona-Impfung weniger als drei Monate zurückliegt. Maskenpflicht in Innenräumen Das soll im Fall einer deutlich verschlechterten Corona-Lage im Herbst und Winter zumindest laut Karl Lauterbach gelten. Klargestellt ist, dass Maskenpflicht in Innenräumen bei einer angespannten Pandemielage die Regel sein soll, sagte Lauterbach nach einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Bund und Ländern eine Benachteiligung von Pflegebedürftigen vorgeworfen. Vorstand Eugen Brüsch sagte der Rheinischen Post, selbst nach zweieinhalb Jahren fehlten deutschlandweit geltende Schutzmaßnahmen für die stationäre und ambulante Altenpflege. Die Gesundheitsministerkonferenz müsse sich auch auf tägliche Tests ohne Ausnahme für medizinisch-pflegerisches Personal und Besucher- und Ausweichquartiere im Falle von Infektionsausbrüchen verständigen. Keine flächendeckenden Schulschließungen mehr Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sieht Schulschließungen aufgrund von Corona ausgeschlossen. Flächendeckende Schulschließungen darf und wird es nicht mehr geben, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Die Folgen der Schulschließungen seien immer noch zu sehen. Die Jobcenter haben 2021 knapp 400.000 Hartz-IV-Haushalten nicht die vollen Kosten für Miete und Heizung erstattet. Wie laut der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Bonner Generalanzeiger aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, mussten 2021 etwas mehr als 15 Prozent der Haushalte, die von Hartz-IV leben, einen Teil ihrer Wohnkosten selbst tragen. 100 Jahre nach den historisch belasteten Nazi-Spielen kann sich der IOC-Präsident Thomas Bach olympische Spiele in Deutschland vorstellen. Natürlich gäbe es Kritiker, und es gäbe Kritiker bei den anderen Bewerbern. Aber aus internationaler Sicht werden Deutschland diese Spiele nicht vorgeworfen, sagte Bach der Sportbild. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schlägt vor, langjährige ehrenamtliche Tätigkeit besonders zu honorieren, etwa mit einem früheren Renteneintritt. So könne der Staat Anreize für freiwilliges Engagement für die Gesellschaft schaffen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Weniger Firmenpleiten im Juli Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 4,2 Prozent weniger Regelinsolvenzen beantragt als im Juni. Auch damals war ein Rückgang registriert worden. Endgültige Zahlen liegen erst für Mai 2022 vor. In dem Monat meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.242 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Und nun zum Wetter Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich klar und trocken bei Tiefstemperaturen von 15 Grad. Am Donnerstag sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen und die Höchsttemperaturen liegen bei 29 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.